Grüß dich Gott, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen. Es ist ausgezeichnet, dass du dir die Zeit nimmst und dieses Video dir anschaust. In dem heutigen Video geht es über die russisch-chinesischen Gespräche in Moskau, die jetzt stattgefunden haben. Kurz zu meiner Person, damit du überhaupt weißt, wer jetzt mit dir redet und das schöne Video aufgenommen hat. Ich heiße Vyacheslav Seewald, ich bin geboren in Sibirien, also in Mitte Russlands. Seit über 15 Jahren lebe ich schon in Deutschland. Ich bin Geschäftsmann seit mehr als 10 Jahren, Inhaber der Seewaldienstleistung und meine Tätigkeiten sind, ich bin Unternehmer, russisch-gemeinischer Zukunftsforscher und Experte für Menschheitsführung. Schon seit längerer Zeit beschäftige ich mich mit globalen Prozessen und ich kann dir dazu sagen, dass man uns als Menschheit nach sechs Prioritäten führt. Also es gibt insgesamt sechs Prioritäten der Menschheitsführung und eine der Prioritäten, das ist die wirtschaftliche Priorität, nach der man uns als Menschheit führt. Und darüber geht es auch heute über, jetzt über die russisch-chinesischen Gespräche in Moskau, möchte ich dir kurz sagen, was ist denn passiert von dem ersten ausländischen Besuch des chinesischen Staatspräsidenten. Wladimir Putin traf sich am Freitag in Moskau mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Das Treffen hatte für beide Seiten eine erfolgreiche Bilanz, denn die Staatschefs der beiden Länder erzielten Vereinbarungen in zahlreiche Themen und es wurden insgesamt 35 Dokumente unterschrieben. Falls du mehr darüber wissen möchtest, welche Dokumente unterschrieben wurden, unter dem Video findest du weitere Informationen. Ein Zeichen auf eine diplomatische Art und Weise für die Weltgemeinschaft war das natürlich auch, dass der erste ausländische Besuch des chinesischen Staatspräsidenten nicht in die USA oder Europa war, sondern nach Russland. Das zeigt eindeutig, welchem Land China die oberste Priorität in der Zusammenarbeit einräumt, was natürlich von der russischen Seite gern gesehen wird. Bei den Gesprächen in Moskau bezeichnete Xi Jinping die Beziehung mit Russland als eine umfassende strategische Partnerschaft und das Hauptziel seines Russlandsbesuchs bestand darin, die Beziehung zwischen den beiden Ländern einen neuen Impuls zu verleihen und die strategische Partnerschaft noch enger zu vertiefen. Als Ergebnis der Gespräche in Moskau wurde vereinbart, eine noch engere Kooperation in den Hochtechnologiebereichen wie Raumfahrt, Informationstechnologien und Flugzeugbau und natürlich eine noch größere Lieferung der russischen Ressourcen nach China. Die Staatschefs haben sich darauf geeinigt, die Möglichkeiten der russisch-chinesischen Informationsfonds aktiver zu nutzen. Den Hauptakzent wollen die auf die Infrastrukturen und Produktionsprojekte im fernen Osten der russischen Föderation legen. Denn schließlich muss ja Russland schauen, dass die den fernen Osten dort die Wirtschaft aufbauen, damit die Menschen von da nicht wegfahren, sondern dort bleiben oder dass andere Menschen aus anderen Regionen Russlands oder der ganzen Welt dorthin ziehen, um dort zu leben und zu arbeiten. Im Moment lebt der Großteil der Russen im westlichen Tal. Ab Ural in Richtung Osten leben maximal nur 30 Millionen Menschen. Auf so ein großes Territorium verteilt ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Natürlich wurde bei dem Treffen nicht nur über die Wirtschaft, sondern über die weltweite Sicherheitssituation gesprochen. Nach dem Treffen sagte der chinesische Staatschef, chinesisch-russische Beziehungen sind eine gute Garantie der Sicherheit in der Welt. Und Wladimir Putin fügte hinzu, wir werden auch weiterhin künftig unsere Schritte in regionalen und internationalen Angelegenheiten abstimmen. Als Fazit nach dem Besuch in Moskau des chinesischen Staatspräsidenten kann man sagen, dass Russland und China ihre wirtschaftlichen Beziehungen weiter vertiefen. Jetzt schon beträgt der wechselseitige Handel knapp 90 Milliarden US-Dollar. Tendenz steigend. Mit dem Ziel, in einigen Jahren die 150 Milliarden Dollar Marke zu erreichen. Auf der anderen Seite wissen die Russen, dass die Chinesen stärker im Moment sind als sie und was ist für die besser, mit einem feindlich eingestellten Nachbarn zu leben oder mit ihm zwar eventuell teilweise für sich Nachteilige, doch aber mehr oder weniger gute wirtschaftliche Beziehungen zu haben. Natürlich wissen die Russen und wählen das zweite Szenario. So ist es zwar, dass die Beziehungen zwischen Russland und China so gut sind wie nie, allerdings verbinden beide Staaten eher eine Zweckgemeinschaft als eine echte Liebesbeziehung. Denn beide stecken im gleichen Boot. Und in beiden Interessen ist es, die Hegemonie der Angelsachsen damit aufhört und dass es anders in der Welt wird. Russland und China sind beide Mitglieder der BRICS und wollen diese Plattform noch enger und stärker nutzen, um auf der Welt das gegenwärtige System zu vermehren. Auf der anderen Seite wissen die Russen, dass die Europäer ihnen bei jeder guten Gelegenheit sofort um den Rücken fallen können und zum Beispiel als Druckmittel weniger Ressourcen aus Russland kaufen, weil im Moment für Russland Europa der wichtigste Absatzmarkt für seine Ressourcen ist. Die Abhängigkeit Russlands von Europa ist noch zu stark. Deswegen die wirtschaftliche Expansion der Russen nach Osten. So machen die Russen den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Expansion nach Osten, um im Westen den längeren Hebel des Einflusses zu behalten und sich nicht so leicht erpressen zu lassen. Gleich nach den gemeinsamen Gesprächen haben Xi Jinping und Wladimir Putin die Eröffnungsfeier zum chinesischen Tourismusjahr in Russland besucht. Das zeigt, dass Russland und China auf anderen Sphären kooperieren und ihre Partnerschaft weiter ausbauen wollen. Da kann Europa sich eine Scheibe davon abschneiden, wie man gute und zukunftsfähige Beziehungen mit seinen Nachbarn aufbaut. Danke dir für die Aufmerksamkeit und vielen herzlichen Dank dafür. Alles Gute wünscht dir. Vielen Dank. auf der E-Web.